Connection is selfish. Seit Menschengedenken begegnet uns etwas, das wir ebenso ratlos wie fasziniert das Böse nennen. Es tritt in unser Leben als das größte Tabu, die schwerwiegendste Verletzung unseres menschlichen Zusammenlebens. Schockiert, ohnmächtig, aber auch fasziniert stehen wir ihm gegenüber. Aber warum hat das Böse so eine mächtige Anziehungskraft? Darüber rede ich mit dem Buchautor Ferdinand von Schirach, der durch seine Arbeit als Anwalt die Abgründe des menschlichen Lebens kennengelernt hat. Herr von Schirach, ist Ihnen in Ihrer Praxis als Strafverteidiger das Böse begegnet? Ja, also gute Frage. Also ich glaube, wir müssen zunächst unterscheiden zwischen der bösen Tat und dem bösen Menschen. Und die böse Tat gibt es ganz ohne Zweifel und die gibt es auch häufig. Obwohl viel weniger häufig als wir glauben, wenn wir dauernd Tatort anschauen. Es gibt 1200 Tötungsdelikte in Deutschland, das ist verschwindend wenig bei so einer Riesenbevölkerung. Aber der böse Mensch, den habe ich nicht gesehen. Und das ist etwas ganz anderes. Und wenn wir reden über das Böse, dann müssen wir darüber reden, was wir damit eigentlich meinen. Meinen wir den Menschen oder meinen wir seine Tat? Sie würden demnach sagen, dass es böse Taten gibt, die von nicht bösen Menschen verliebt werden? Ja, klar, natürlich. Also Sie sind ja ein hoffentlich guter Mensch. Und wenn Sie abends Ihre Frau anschreien, dann kann das eine böse Tat sein. Oder wenn Sie Schlimmeres tun. Und wenn ein ganz gesitteter Mensch, der bürgerlich lebt und der sein Leben gut hinter sich bringt, am Schluss seine Frau umbringt, dann ist das mit Sicherheit eine böse Tat. Aber das sagt nichts aus darüber, dass der Mensch böse ist. Was für ein Menschenbild liegt diesen Überlegungen zugrunde? Also es gibt ja einen alten Streit in der Philosophie über die Frage, ist der Mensch gut, böse oder vielleicht gar nichts? Haben Sie da eine Position? Also ich beschäftige mich ja jetzt seit 30 Jahren mit der Strafjustiz, also seit Beginn des Studiums. Und man denkt natürlich dauernd darüber nach, was ist das Böse. Und wenn man dann die Philosophie der letzten 4000 Jahre so überschlägig liest und versucht zu verstehen, dann ist man ja immer wieder vollkommen durcheinander, weil jeder findet eine neue Definition des Bösen. Und das Seltsame ist ja, dass es gar nichts genutzt hat. Es hat nichts genutzt, dass wir irgendwie Kant gelesen haben oder Nietzsche gelesen haben oder Dessart und lauter verschiedene Definitionen des Bösen hatten. Wir konnten nichts gegen das Böse tun. Und als Strafrechtler, wenn man dann 20 Jahre lang in den Gerichten war, kommt man vielleicht zu einer eigenen Definition. Und diese eigene Definition wäre, dass das Böse das ist, was jemand tut und damit gleichzeitig einen Menschen verachtet und zwar keinen Mitleid empfindet. Und das Böse als den Mangel an Mitleid, das ist genau das, was das Strafrecht auch sagt. Also wenn Sie die Mordmerkmale anschauen, also die ersten drei Mordmerkmale, dann geht es um Habgier, um Befriedigung des Geschlechtstriebes und so weiter. Also um sogenannte niedrige Motivationen, jemanden zu töten. Und diese niedrigen Motivationen bedeuten, dass Sie Ihren eigenen Gewinn, Ihren Lustgewinn oder Ihre Befriedigung des Geschlechtstriebes über den anderen Menschen stellen und ihm dadurch das Menschsein absprechen. Und das ist das Böse. Das ist eine interessante Definition. Der Mangel an Mitleid charakterisiert das Böse. Das würde ja eigentlich das Bild voraussetzen, dass jeder normale Mensch zum Mitleid fähig ist, dass jeder normale Mensch auch Mitleid in sich verspürt, dass er empathisch ist und das radikale Aussetzen dieser Empathie wäre das Böse. Das wäre doch eigentlich ein gutes Menschenbild. Dann würden Sie sagen, von Natur aus ist der Mensch eigentlich gut und der Ausnahmezustand ist, wenn ein Mensch in einer bestimmten Situation dieses Mitleid nicht empfindet. Ja, also das sind so große Worte. Der Mensch ist von Natur aus gut. Das würde ich nie sagen. Und gut und böse ist ja auch im Gerichtssaal überhaupt keine Kategorie. Also ein Richter sagt nicht, der Mensch ist gut oder der ist böse. Das beurteilt die Tat und schließt von der Tat auf den Menschen und beurteilt die Schuld des Menschen nach seiner Tat. Aber im Grundsatz ist das richtig. Also dass man sozusagen dahin geht und sagt, wenn ein Mensch Mitleid empfinden kann und dieses Mitleid wegdrängt und seine eigenen Bedürfnisse über den anderen Menschen stellt, dann ist das böse. Die Frage ist jetzt, bei einem Psychopathen, ja, das ist ja interessant, also ein Psychopath, den man dadurch definieren kann, dass er nicht Mitleid empfindet, dass er keine Empathie hat, ja, dass sozusagen die emotionale Schwelle bei ihm viel niedriger liegt. Ist der jetzt böse, ja, oder ist das einfach eine Krankheit, was ich glaube, ja, und so könnte man auch sagen, der Psychopath, es gibt diesen berühmten Fall von dem Gust, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Erzählen Sie ihn. Also der Gust ist ein Mann, der hat Frauen umgebracht und dann das Tolle an ihm ist, dass er sich sehr der Forschung geöffnet hat. Also er hat alles erzählt, seine Kindheit erzählt, aus seiner Sicht natürlich und man weiß auch nicht, ob das alles stimmt, aber er fing an als junger Mensch mit dem Quälen von Tieren. Da war er ganz klein noch. Er hatte also ein Meerschweinchen oder ein Hamster, ich weiß nicht, den Unterschied zwischen Meerschweinchen und Hamster, ich weiß gar nicht, aber jedenfalls so ein ganz kleines Tier und seine Mutter heiratete nochmal und der neue Stiefvater hatte eine Tierhaarallergie und er brachte dieses Meerschweinchen zu seiner Großmutter und die Großmutter sagte mir ein bisschen unverständlich, er musste es halt tot machen. Und er brachte dann das Meerschweinchen nach draußen und ließ eine Platte auf das Meerschweinchen fallen und traf es aber nicht ganz und es platzte auf. Und er war ganz jung, fünf oder sechs, und er ging mit dem Finger in das Meerschweinchen rein, in die Gedärme. Und das hat ihn irgendwie stimuliert. Das fand er ganz toll, die Wärme, diese Gedärme da zu spüren. Und daraus entwickelte sich diese ganz schreckliche Leidenschaft, dass er immer das Warme an Tieren haben wollte. Und er schnitt dann Kaninchen auf, um reinzufassen, und er schoss ein Pferd, um es aufzuschneiden, und am Schluss eben Menschen. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist das Böse, das ist doch ganz klar. Der hat keinerlei Mitleid mit der Kreatur. Es war ihm irgendwann auch egal, ob die Kaninchen tot sind oder nicht tot. Hauptsache, er kann sie schnell aufschneiden. Aber in Wirklichkeit schien es mir so, als wäre es eine wirkliche Krankheit. Und als sei er zu diesem Mitleid nicht fähig. Und das Böse müsste man aber definieren als jemand, der zu dem Mitleid fähig ist, aber trotzdem diese Dinge tut. Man könnte ja eigentlich eine interessante Unterscheidung machen. Also zwischen jenen Taten zunächst mal, die aufgrund einer Gesinnung erfolgen, die wir für böse halten. Und wo wir wahrscheinlich einräumen müssen, dass wir vielen Leuten mit einer bösen Gesinnung sehr schnell etwas Pathologisches unterstellen. Und anderen Menschen, die Dinge tun, die vielleicht gar nicht unbedingt böse gemeint sind. Oder nicht im Bewusstsein erfolgen, böse zu sein, aber Schlechtes anrichten. Also die Frage ist, ob es nicht sinnvoll ist, als das Böse, als das Gesinnungsböse, Evil, zu unterscheiden, vom Schlechten, Bad, als etwas, was in seinen Konsequenzen schlecht ist. Können Sie einer solchen Unterscheidung folgen? Ja, es gibt ja so eine ähnliche Unterscheidung. Also nicht aus der Motivation heraus, sondern aus dem, wogegen sich das Böse richtet oder die Tat richtet. Also wir unterscheiden ja zum Beispiel im Strafgesetzbuch, unterscheiden wir zwischen Eigentumsdelikten, ja, und Delikten gegen die körperliche Unversehrtheit und so etwas. Und die Eigentumsdelikte, also wo sich sozusagen der böse Wille gegen Sachen richtet, den würde ich nie als böse ansehen. Ja, dann würde ich immer sagen, ja, das ist eine Straftat, fertig, aus, aber es ist nichts Böses. Ich glaube, die Unterscheidung, die Sie treffen wollen, die zufällig wäre, ja, also jemand tut etwas und zufällig setzt er einen anderen Menschen in seiner Würde dadurch herab oder spricht ihm sein Menschsein oder widerspricht, dass er überhaupt ein Mensch ist oder dass er überhaupt Mitleid verdient und dass wir überhaupt über ihn nachdenken als Menschen, die ist sehr schwer vorstellbar, aber es mag sein, dass es auch solche Taten gibt. Ich glaube nur, wenn wir das beurteilen wollen, ist die Beurteilung immer relativ einfach. Es muss, also wir können ja einen Schritt zurückgehen. Wenn wir überlegen, dass es bei Tieren gar kein Böses geben kann, ja, also ein Tier kann ja nicht böse sein, man kann sich keine böse Fliege vorstellen oder ein Wasserbüffel, der böse ist, das ist ja unmöglich. Also es hat etwas mit dem Menschen zu tun und es hat etwas damit zu tun, wie er denkt, ja, und wie er über etwas denkt. Und wenn er eben den anderen Menschen nicht mehr als Menschen sieht, ja, und das kann nur der Mensch, das kann ein Tier nicht, dann ist es das, in meinen Augen, das Böse. Aber fängt das Böse nicht? Und einen Zufall gibt es da, glaube ich, nicht. Aber ist das nicht eine sehr weite Definition des Bösen? Ich nehme mal ein Beispiel, also sagen wir mal Friedrich der Große, greift zum Wohle Preußens Schlesien an. Und das Ergebnis ist der Siebenjährige Krieg, in dem Hunderttausende von Soldaten, die er leben lassen, entsetzlich auch Folgen für die Zivilbevölkerung, alles, was dazu gehört, und am Ende hat er zum Wohle Preußens diesen Krieg gewonnen. Dann hat er relativ mitleidslos das Leben von Hunderttausenden Menschen instrumentalisiert für eine Sache, die er für einen gerechten Zweck hält. Ist das für Sie böse? Ja, ganz eindeutig ja. Und zwar, wir müssen unterscheiden, glaube ich, zwischen dem Bösen im Alltag und dem Bösen eines Staates. Das ist ein großer Unterschied. Im Alltag erleben wir diese bösen Taten aus Mitleidlosigkeit bei einem Mord, zur Befriedigung des Geschlechtstriebes. Also gerade der Gust, der mit einer Prostituierten schläft und während er mit ihr schläft, schießt er ihr von hinten durch den Kopf und hat den größten Orgasmus seines Lebens. Das ist ganz sicher eine böse Tat. Darüber müssen wir nicht sprechen. Bei dem Staatsbösen, wenn man das so bezeichnen will, ist es so ein bisschen komplizierter, weil dort eine Organisation vorausgesetzt wird. Und da werden Mechanismen in Gang gesetzt, die den Leuten suggerieren, dass sie etwas Gutes tun, wenn sie mitleidlos handeln. Und das ist bei fast jedem Krieg so. Ich will damit nicht sagen, dass es Kriege gibt, die man nicht führen muss. Mag es geben. Aber dieser Krieg, von dem Sie sprechen, der ja nun wirklich vollkommen sinnlos war und der am Ende von Friedrichs Leben ja auch sozusagen praktisch kein Land, noch nicht mal ein Landgewinn gebracht hat, dass das böse ist, ist, glaube ich, überhaupt keine Frage. Also wenn man Menschen dafür instrumentalisiert, andere Menschen zu besiegen und ein kleines Stück Land mehr zu bekommen, dann ist das für mich etwas böse. Aber wir müssten ja immer noch eine Unterscheidung machen zwischen demjenigen Herrscher, Regenten oder auch Privatpersonen, die, wie in dem Fall, das Sie geschildert haben, mit dem Mord an der Prostituierten, der Lust empfindet daran, jemanden zu quälen oder jemand, der den Tod von Menschen in Kauf nimmt. Auch das wäre ja nicht dasselbe. Es gibt ja noch, sagen wir mal, einen Henker, der den Beruf des Henkers hat, der jeden Tag Menschen tötet. Er scheint uns eigentlich erst dann wirklich als böse, als evil, wenn er daran Freude empfindet. Solange er das aber macht, quasi um seinen Beruf auszuüben, würde ich sagen, es ist eher das Schlechte als das Böse. Weil quasi die Lustkomponente, das sich Ergötzen daran, das sich Erbauen daran, die sexuelle Befriedigung möglicherweise, weil die fehlt. Ja, ich würde darauf nicht das Schwergewicht legen. Ja, also ich würde nicht auf diesen Lustgewinn das Schwergewicht legen. Ich weiß nicht, ob Friedrich der Große Lust hatte. Vermutlich eher nicht. Eben, ja. Also ich glaube nicht, dass man Lust am Krieg führen empfindet, wenn man nur halbwegs vernünftig ist. Das ist schwer vorstellbar. Ob der Henker jetzt dabei Lust empfindet, wenn er einem anderen einen Kopf abschlägt, finde ich auch relativ bedeutungslos. Es geht um den anderen Punkt. Aber in der Beurteilung der Person, wenn Sie einen Henker kennenlernen, der also jetzt in irgendeinem Saudi-Arabien oder sowas jetzt vom Gericht zur Tode verurteilte Menschen hinrichtet. Und dieser Mensch erzählt Ihnen, was für eine unglaubliche Lust er an seinem Beruf empfindet, wenn Sie ihn völlig anders wahrnehmen, als wenn er nur sagt, was er tut und sagt, ich tue meine Pflicht. Ja, ja, ich finde beides schrecklich. Aber nicht gleich schrecklich, oder? Ja, fast gleich schrecklich. Also mir ist das relativ schnurz, ob er dann auch noch Lust empfindet. Das ist die Tatsache, dass er tötet und zwar auch als Ausführende und auch wenn er seine Pflicht erfüllt und Menschen für irgendein kleines Vergehen umbringt, weil sie einen Apfel geklaut haben oder so etwas. Natürlich ist auch das etwas Böses. Ich dachte jetzt gerade an so einen Henker in einer Zeit, wo man das nicht als böse empfunden hätte. Also vor 500 Jahren hätten wir so eine Gerichtsszene, wo am Schluss der Tod durch den Strang steht oder der Tod ist als Normalität empfunden. Das ist ja auch etwas, ein bisschen etwas Seltsames, dass wir, wenn wir das Böse beurteilen wollen, immer ein bisschen das in der Zeit tun. Also ein ganz nahes Beispiel, wenn wir auf die Prohibition in Amerika schauen, dann würde man oder sagte man daher, wir müssen ein Strafgesetz machen, weil das Trinken von Alkohol etwas Böses ist. Und alle waren sich einig, das ist böse. Und es gab ja alle möglichen furchtbaren Gruppen dort, die das gesagt haben. Zehn Jahre später war es nicht mehr böse. Also irgendwie das stimmt nicht. Das ist kein Kriterium. Es ist auch kein Kriterium, ob etwas durch ein Gesetz verboten ist. Und es ist auch kein Kriterium, ob alle das so empfinden. Ich glaube, das einzig wirkliche Kriterium ist, ob man einen Menschen dadurch herabsetzt und ob man mitleidlos handelt. Und das würde man bei Eigentumsdelikten, wie ich vorhin schon sagte, oder bei solchen Sachen wie Prohibition, oder wenn Sie zum Beispiel das Verbot der Homosexualität, das ja ganz lange noch gegolten hat, nehmen, das hat mit Bösem nichts zu tun. Dieses mitleidlose Handeln fällt uns vor allen Dingen deswegen auf, weil die meisten Menschen eben nicht mitleidslos handeln. Genau. Jetzt wäre es natürlich die spannende Frage zu stellen, was ist mit Menschen, die da offensichtlich außerhalb der Norm sich verhalten, was ist mit denen los? Also ist das etwas im Menschen, was in jedem Menschen ist, was da freigesetzt wird, aufgrund von traumatischen Kindheitserfahrungen oder von neuronalen Schäden? Oder ist das etwas, was nur bestimmte Menschen haben, wozu nur bestimmte Menschen fähig sind? Also zunächst mal ist es doch klar, dass es nur ganz, 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 ganz wenige Menschen sind. Ja, also wir haben ja keine Vielzahl von Mördern oder wir haben auch, also es gibt ja Schätzungen, dass man sagt, es gibt auf der Welt 100 Psychopathen und nicht mehr. Ja, also es ist eine verschwindend kleine Zahl. Davon übrigens allein 100 jeden normalen Fernsehabend bei uns im Wohnzimmer. Und in jedem Schweden-Krimi. Ja, also, aber es sind eine Handvoll. Ja, also darauf kann man sich einigen. Und es spielt für die Gesellschaft eigentlich keine Rolle. Das Problem ist ein anderes. Das Problem ist, gibt es den Menschen, und das war ja Ihre Eingangsfrage, gibt es den Menschen, haben Sie den Menschen kennengelernt, der in der Lage ist, Mitleid zu empfinden und sich trotzdem dagegen entscheidet. Bewusst dagegen entscheidet. Bewusst entgegen entscheidet. Und da muss ich sagen, ich mache das 20 Jahre, habe ich nie erlebt. Es gibt den Menschen, der sich in einer bestimmten Situation dagegen entscheidet, wenn er zu irgendetwas wahnsinnig gereizt wird oder wenn er in einem Tunnel seiner Gedanken sich befindet und keinen anderen Ausweg mehr weiß oder so etwas. Aber da ist das Entscheidend gegen den anderen Menschen und das Entscheiden gegen das Mitleid spielt auf einer völlig anderen Ebene und ist nicht so wichtig, sondern da geht es bei ihm um etwas ganz anderes. Und dann ist die Tat böse. Und zwar nur die Tat und nicht der Mensch. Und das Wichtige ist diese Unterscheidung. Aber vielleicht gehen wir einen Schritt weiter und dann wird es interessanter. Was ziehen wir denn eigentlich für Folgen oder für Folgerungen aus dieser Definition? Und die Folgerungen, und das ist das Schöne daran, die haben wir längst gezogen, und das sind die Menschenrechte. Wenn wir sagen, es ist verboten, einen anderen Menschen herabzusetzen in seine Würde und jeder Mensch ist mit gleichen Rechten geboren und jeder Mensch hat das Recht auf Menschsein, dann ist das nichts anderes als eine Entscheidung gegen das Böse. Und das ist doch das Schöne, wenn wir versuchen, das durchzusetzen. Also wenn wir hingehen und sagen, wir schaffen ein Grundgesetz, im Grundgesetz gibt es den ersten Artikel, der spricht von der Würde des Menschen und das ist unsere Entscheidung gegen das Böse. Das finde ich interessant. Also ich würde sagen, die Menschenrechte sind eine gewaltige philosophische Abstraktionsleistung, die quasi als regulative Idee uns sagt, dass wir alle Menschen gleich achten und schätzen sollen. Die wahre Pointe dahinter ist natürlich, dass sie das nicht so empfinden. Die Menschen oder die Menschen? Ja, dass jeder normale Mensch das nicht so sieht. Also im Regelfall ist ihnen das Leben ihres eigenen Kindes sehr, sehr viel mehr wert als das von Fremden. Naja, ich glaube auch nicht, dass die Menschenrechte darüber eine Entscheidung treffen wollen. Nein, aber das Interessante ist, dass die Grundlegung zu sagen, jedes Menschenleben ist gleich viel wert, ist etwas, was deswegen so wichtig ist, es zu formulieren, weil sie es gerade nicht empfinden. Das ist nicht quasi die Verlängerung ihres normalen menschlichen Empfindungslebens, sondern es ist eine Abstraktionsleistung, das quasi die Weichen anders stellt, als sie sie emotional erleben. Also wenn sie die Situation haben, ihr Kind aus einem brennenden Haus zu retten oder 100 Unbekannte, werden sie vermutlich ihr Kind retten. Naja, natürlich. Und da werden sie nicht sagen, das Leben eines jeden Menschen ist gleich viel wert und deswegen muss ich natürlich die 100 retten. Ich würde sagen, ihre emotionale Ausstattung in moralischer Hinsicht, auch ihre Vorstellung von Gut und Böse, ist nicht das Gleiche wie das, wozu sie aufgrund von Vernunft und Denkleistung imstande sind. Ja, aber wenn ich das sagen darf, ich glaube, sie unterliegen da einem kleinen Irrtum. Also zunächst sind das ja Abwehrrechte. Ja, das sind ja Abwehrrechte gegen den Staat. Es geht nicht darum, zu unterscheiden zwischen uns beiden. Ich nehme sie als genauso wichtig wahr wie jeden anderen Menschen, sondern es geht darum, dass der Einzelne sich gegen die Übergriffe des Staates wehren kann. Dafür sind die Grundrechte und dafür sind auch die Menschenrechte erstmal gemacht. Und alles andere, unsere persönlichen Empfindungen, dass wir unser Kind lieber mögen als unsere Nachbarn, das ist ja nun wirklich vollkommen klar. Nichts gegen meinen Nachbarn, aber gegen irgendjemanden. Und die Erklärung, dass wir, wir, das heißt, dass der Staat und die Gesellschaft, in der wir leben, die Menschen als gleichwertig annimmt, das ist etwas vollkommen anderes. Das bedeutet eben, dass der Staat nicht Friedrich der Große sein kann, der seine Bürger in den Krieg schickt und für ein bisschen Land gewinnt. Das machen wir nicht mehr. Wenn das Böse vergleichsweise selten vorkommt und wenn das Böse möglicherweise in vielen Fällen eine Art neuronale Störung ist oder ein seelisches Ungleichgewicht oder eine falsche Prägung oder traumatische Erlebnisse. Ich stelle mir die Frage, warum sind so unfassbar viele Menschen vom Bösen so sehr fasziniert? Also ein ganz normaler Fernsehtag oder gehen wir mal das Kinoprogramm durch und gucken sich all die Profiler-Filme an, wo es immer darum geht, das pathologisch Böse, dem auf die Spur zu kommen, das rituelle Böse, das Böse des Verrückten, das Böse in Reinform, in Reinkarnation, das Böse in Form Böser, Psychopathen, Killer. Warum fasziniert Menschen das so sehr? Ich glaube, es gibt zwei Gründe, wenn man sich das genau überlegt. Der eine Grund dürfte sein, dass der Verbrecher etwas tut, was wir ganz gerne tun würden. Also ich bin vorhin zu Ihrer Sendung mit einem Bus gefahren und bevor ich in den Bus einstieg, habe ich eine Zigarette geraucht und dann sagte der Busfahrer sofort zu mir, machen Sie die Zigarette raus, in dem Bus darf nicht geraucht werden. Und dann habe ich die Zigarette ausgemacht und dann setzte mich in den Bus und dann sagte er, Sie müssen sich anschnallen. Und so ging es weiter, bis wir da waren. Und unser normales Leben besteht aus einer Fülle von Verboten und von Aufforderungen, was wir alles tun müssen. Fliegen Sie irgendwo hin, das ist furchtbar. Sie haben 80 Verbote, bis Sie wieder landen. Der Verbrecher hält sich nicht daran. Er ist frei. Er macht das, was ihm gerade einfällt. Er zieht seine Waffe und er schießt den Polizisten oder er macht sonst irgendetwas. Und das übt eine Faszination auf uns aus, dass der Verbrecher das tut, was wir nicht tun können. Und der zweite Grund ist, warum schauen wir uns solche Leute wie Gust an, über den wir vorhin gesprochen haben. Weil wir sozusagen ein bisschen Sorge haben, dass uns auch der Finger in diesem Hamster interessiert. Weil wir uns das sofort vorstellen, wie das ist, ein warmes Gedärme. Und weil wir Angst haben davor. Und auch da sind wir froh, dass es ein anderer macht. Aber wir wollen gerne zuschauen. Und das hat auch vernünftige Gründe oft. Aber das klingt jetzt ein bisschen so, als ob es doch in jedem Menschen so ein verstecktes, gut verschlossenes, böses gäbe. Naja, also das gibt es ganz ohne Zweifel. Also man macht so, es gibt eine berühmte Umfrage, die vor kurzem gemacht worden ist, in Amerika, in amerikanischer Umfrage. Aber wie viele Leute oder die Leute wurden gefragt, könnten Sie sich ernsthaft vorstellen? Also ernsthaft, darauf war die Idee, einen anderen umzubringen. Haben Sie sich das schon mal vorgestellt? Und komischerweise sagten über 50 Prozent ja. Aber niemand tut es. Darauf kommt es an. Also unsere Mechanismen, das Böse nicht zu tun, die sind sehr stark. Aber dass wir einen Anteil haben daran und dass es in uns auch Wutaufwallungen und sonst alles Mögliche gibt, natürlich, klar, es ist ja naiv sozusagen, das hätten wir nicht. Also ich hätte für den Genuss oder den Konsum des Bösen eine andere Erklärung. Weil im Regelfall ist es ja so, dass der reale Verbrecher, dem möchten wir ja nicht begegnen, sondern wir begegnen ihm ja lieber im Fernsehsessel. Und ich habe überlegt, ob diese Faszination am Bösen nicht sehr viel mit dem zu tun hat, wie Schiller und Kant das Erhabene definieren. Und zwar die Definition des Erhabenen ist, dass ich einer Situation ausgesetzt bin, die ich vor Augen habe, wie einem fürchterlichen Sturm zum Beispiel, ein Unwetter, also das, was ich gerne auf einem Gemälde sehe. Oder entsetzlichen Dimensionen, die das Auge gar nicht mehr fassen kann. Jähe, Abgründe, Schluchten und dergleichen. Dieses ganze Exterieur, das ist das Exterieur des Erhabenen. Und Kant hat versucht, sich zu erklären, warum fasziniert Menschen das. Denn jemand, der wirklich in den Alpen, in ein Unwetter gerät, dem fasziniert das überhaupt nicht. Der wird nur versuchen, sich in Sicherheit zu bringen und der empfindet eine ganz entsetzliche Situation. Sieht er das Ganze auf einem Gemälde, findet er es großartig. Und Kant sagt, in dem Moment, wo wir diese Überforderung unseres Verstandes erblicken, sind wir zunächst mal beängstigt. Aber dann kann unser Verstand diese Überforderung irgendwie katalogisieren, als Überforderung überhaupt benennen. Und dann werden wir uns sozusagen unserer eigenen Verstandeskräfte bewusst. Dass wir das immerhin sind, die diese Überforderung spüren. Und unser Verstand hat die Lage schon im Griff. Und ist es nicht mit dem Bösen relativ ähnlich? Wenn wir im Fernsehsessel sind, haben wir die Lage auch im Griff. Erst gruseln wir uns vor dem Sturm und dem Gewitter des Bösen. Aber weil wir wissen, dass der Film gut ausgeht, können wir uns sozusagen aus der Verlässlichkeit erstens nicht betroffen zu sein und zweitens des guten Endes dieses Schauders eine Zeit lang aussetzen. Nee, glaube ich nicht. Glauben Sie nicht? Nee. Und zwar, also zum einen gibt es ja ganz viele Filme, die nicht gut ausgehen und die trotzdem wahnsinnig gern gesehen werden. Seven zum Beispiel. Da wird am Schluss, ich glaube, der Frau des Polizisten der Kopf abgetrennt. Und nichts daran geht gut aus. Und trotzdem, das sind gerade die Filme, die wahnsinnig beliebt sind. Aber ich könnte keine zehn erfolgreichen Hollywood-Filme aufzählen, die wirklich so schlecht ausgehen. Gegenüber von Tausenden, die gut ausgehen. Ja, ja, natürlich ist es immer schöner, wenn es gut ausgeht. Aber das ist, glaube ich, nicht der Effekt. Und das Zweite ist, wenn Sie Anwalt sind und Sie haben Referendare, ja, oder auch nur Praktikanten da, die wollen alle mit dem Verbrecher sprechen, die wollen den einmal anschauen. Und Sie haben ja, soweit ich weiß, glaube ich, über Mosil promoviert, über den Mann ohne Eigenschaften. Und da gibt es doch eine großartige Szene, nämlich den Mosbrugger. Und der Mosbrugger ist ja ein Mann, der mehr oder weniger, so wie ich das verstanden habe, aus Versehen eine Frau umbringt. Eine Prostituierte. Eine Prostituierte, weil er zu stark ist. Und dann kommt er in den Gerichtssaal, also wird festgenommen und so weiter. und die Leute im Gerichtssaal, also die Reporter, wollen... Wie ein seltenes Tier. Ja, ja, wollen aber alle in seine Augen sehen. Die Faszination des Bösen. Genau. Und dann wird er geschrieben, ja, dann sagt er, diese bösen Augen, die Augen des Satans oder seine Bewegung ist schrecklich und sein Mund und so weiter. Und man will den wirklich sehen. Und das Schöne ist dann, dass Mosbrugger nur denkt, sein Kopf ist oben offen. Und das ist ganz schön als Beschreibung sozusagen eines Menschen, der nicht böse ist, der eine böse Tat begangen hat, aber nicht böse ist. Ja, also er wollte die Prostituierte ja gar nicht umbringen. Und diese Faszination der Gerichtsreporter, die ist ja echt, die wollen den sehen, ja, auch wenn er hinter den Schranken ist. Aber sie wollen... Ja, aber er kann ihnen nichts tun. Das ist ein großer Unterschied. Ja, er kann ihnen nichts tun. Ja, das stimmt. Das ist schon ein bisschen wie, man hat noch eine gewisse Sicherheitsdistance. Machen Sie es mit dem Erhabenen. Na gut, das Erhabene hätte den Reiz, nicht etwas Böses annehmen zu müssen, das sich quasi Kathasis-mäßig entlädt, wenn ich das Böse beobachte. Das wäre ja eher Ihre Theorie gewesen. Also, wir werden es nicht klären. Also, das Problem ist, die Faszination bleibt. Ja, und die wird auch bei den Menschen bleiben. Aber worauf ich noch raus will, ist, dass das auch einen guten Effekt hat. Es hat ja sozusagen aus der Evolution etwas ganz Gutes, auch fasziniert zu sein davon. Wir müssen hinschauen. Also, wenn der Tiger jetzt jemand in der Sippe frisst, ja, und wir sehen das und sehen die Gefahr, dann hat das sozusagen den Sinn, dass wir uns gegen diese Gefahr auch wehren können. Das gibt es jetzt im Kino nicht. Wir gehen nicht ins Kino, um die Gefahr zu spüren. Aber wir haben diesen Reflex. Wir haben den Reflex. Und, also, das mag auch Gründe haben. Ich mag ja auch immer, oder ich finde es immer so furchtbar, wenn man mit dem Auto fährt und man hört dann so eine Nachricht, dass auf der einen Spur ein Unfall ist und auf der anderen Seite staut sich die Autobahn wegen Gaffern. Aber, aber das ist gar nichts Negatives. Es ist ja richtig, dass die Leute hinschauen und sehen wollen. Das ist, das zum Beispiel ist Mitleid auch. Also, es ist so eine Mischung aus Sensation und aus Mitleid. Und wenn man dann einen Toten da auf der Straße sieht, das ist ja meistens der einzige Toten, den ein normaler Mensch in seinem Leben sieht, dann hat es auch etwas, was den Menschen beschäftigt. Und zwar nicht nur aus Sensationslust, sondern tatsächlich, weil man auch denkt, oh Gott, das ist der arme Kerl da. Ja, jetzt ist er tot. Sie haben ja in Ihrer Definition gesagt, das Böse ist eigentlich der Mensch, der mehr oder weniger bewusst sich über die Mitleidsgrenze hinweg setzt und bereit ist, Schaden von Menschen, Tod von Menschen, Qualen von Menschen in Kauf zu nehmen für seine Ziele oder für seine Zwecke. Da haben Sie eigentlich eher von jenen Menschen gesprochen, die gar keine bewusste Entscheidung gefällt haben, sondern wo eine gewisse pathologische Struktur, woher auch immer die kommt, vorliegt, sodass Sie sich darüber hinwegsetzen, die gar keine Gedanken gemacht haben, sich darüber hinwegzusetzen. Es ist eigentlich gar kein Hinwegsetzen, sondern die Grenze gibt es nicht. Sind aus Ihrer Perspektive als Strafverteidiger solche Menschen überhaupt schuldfähig? Naja, das ist die große Frage. Das genau ist der Punkt. Also, stellen Sie sich das einfach so vor. Sie sitzen in einem Café und jemand serviert Ihnen einen ganz tollen Nusskuchen. Und Sie sehen diesen Nusskuchen und denken, das sieht wunderbar aus und jetzt werde ich diesen Nusskuchen essen. Und Sie haben so eine Freude über diesen Nusskuchen in der Sonne, in der Sie sitzen und im Herbst in Berlin und trinken einen Kaffee draußen und essen diesen Nusskuchen. Und der Psychopath, der denselben Nusskuchen sieht, empfindet überhaupt nichts dabei, sondern seine Schwelle wird berührt an einem viel, viel höheren Punkt. Und er muss, um dieselbe Freude zu empfinden oder überhaupt etwas zu empfinden, muss er eben eine Frau häuten, was dann eben ganz furchtbar ist. Und das ist aber sozusagen eine Krankheit, eine klar definierte Krankheit. Jetzt können wir uns darüber unterhalten, woher das kommt. Man kann jetzt sagen, das ist ein genetischer Defekt. Gibt es ja manche Forscher, die das sagen. Es gibt andere Forscher, die sagen, das ist eine ganz frühe kindliche Prägung, vielleicht bei dem Gust, in dem er diesen Finger da reingesteckt hat. Warum soll es nicht beides sein? Vielleicht ist es sogar beides. Ja, wir wissen es nicht. Was feststeht und was wir messen können heute, ist, dass es dieses Phänomen gibt und dass die emotionale Schwelle erst sehr spät erreicht wird. Und der Psychopath ist also sozusagen ganz klar ein kranker Mensch. Und wenn man das sieht, muss man ja sich immer überlegen, bei der Schuldfähigkeit ist ja erforderlich, dass er sich auch gegen das Häuten der Frau entscheiden könnte. Und da hat man dann eben doch Zweifel, ob er das kann. Wenn er es nicht kann, dann ist er nicht schuldfähig? Dann wäre er nicht schuldfähig, dann müssen wir ihn natürlich trotzdem irgendwie wegsperren, weil wir müssen die Gesellschaft schützen. Aber nicht in ein Gefängnis? Also wenn er wirklich krank wäre, müsste er nicht in ein Gefängnis. Jetzt könnte ich natürlich den Bogen weiterspannen. Sie können sich denken, was kommt. Nämlich die Frage stellen, haben wir überhaupt die Freiheit, uns für oder gegen eine Tat zu entscheiden? Ja, ja. Also ein Mensch, der sich über Mitleid hinweg setzt, radikal hinweg setzt, dem würden wir unterstellen, irgendeine Sensibilität ist nicht intakt. Wir haben jetzt gerade noch Unterschieden zwischen dem, der das bewusst macht und der, der es nicht bewusst macht. Aber haben nicht auch Menschen, die das bewusst machen, eigentlich eine Störung? Nur, sagen wir mal, eine Störung, die vielleicht ein bisschen komplizierter ist. Aber haben wir überhaupt eine Willensfreiheit und gibt es überhaupt Schuldfähigkeit? Also das ist relativ schwer zu beantworten, aber wir müssen da sozusagen einen kleinen Schritt zurückgehen. Wir müssen zunächst mal sagen, dass natürlich jede Tötung in gewisser Weise eine Störung ist. Also es mag Ausnahmen geben, wenn sie aus Notwehr jemanden töten oder sonst etwas. Aber ohne Grund sozusagen jemanden zu erschlagen, ist irgendwie ja falsch und ist auch, also da muss man sagen, wer das tut, bei dem stimmt irgendetwas nicht und so weiter. Das bedeutet aber nicht, und das muss man ganz klar sagen, das bedeutet in der Rechtsprechung und in den Gesetzen bedeutet das nicht, dass er nicht bestraft wird. Es wäre ja einfach, jemand erschlägt jemand, wir würden sagen, das ist falsch, fertig, aus. Sondern wir müssen an diesem Punkt immer sehen, ist dieses Überwinden der Hemmungen, die wir haben, ist das etwas, was aus einer Krankheit kommt oder ist das etwas, was ganz woanders herkommt, nur weil wir das im Moment wollen. Und es geht auch nicht um irgendeine Schuldminderung, sondern es geht um eine erhebliche Schuldminderung. Also seine Schuld, sein Bewusstsein für Schuld, sein, wie man das auch sagen könnte, sein Gefühl, Recht und Unrecht voneinander zu entscheiden, das muss extrem gestört sein. Oder eben wie bei solchen Leuten, die echte Psychopathen sind, muss diese Unterscheidung ganz aufgehoben sein. Und sie können das gar nicht mehr. Und dann würde man erst sagen, es ist schuldfähig. Aber was man sagen muss, ich weiß, dass es Gehirnforscher gibt, es gibt Rot oder Singer oder irgendwelche Leute, die sich damit beschäftigen, die zu dem Ergebnis kommen, dass es eigentlich gar keine Schuldfähigkeit mehr gibt. Meine Antwort darauf wäre immer, das mag sein, dass das so ist, aber wir werden das nicht akzeptieren. Wir müssen von einem freien Willen ausgehen, sonst können wir diese Gesellschaft zumachen. Wenn wir den freien Willen verneinen, ist das das Ende unserer Gesellschaft. Dann gibt es vielleicht eine andere, aber nicht mehr unsere. Aber die Grundlagen des Strafrechts gehen eigentlich relativ alt und sie gehen immer vom freien Willen aus. Sie gehen immer von Strafmündigkeit aus. Und jetzt haben wir im Laufe des Siegeszuges der Psychologie und jetzt neuerdings der Hirnforschung eben gelernt, dass offensichtlich ein großer Teil von Verbrechen aus pathologischen Motiven erfolgen. Vielleicht werden wir irgendwann noch weiter gehen und wenn wir den freien Willen immer noch mehr in Zweifel ziehen, jede Form von Verbrechen für pathologisch halten. Nein, nein, das glaube ich nicht. Brauchen wir dann nicht eine völlige Revision des Strafrechts und unseres strafrechtlichen Begriffs von Schuld, Schuldmündigkeit und Schuldfähigkeit? Nein, ich glaube ich nicht. Also ich glaube auch nicht, dass der größte Teil der Straftaten pathologisch ist, um Gottes Willen. Also der Gewaltverbrechen? Der Gewaltverbrechen eher. Ich meine jetzt nicht Steuerhinterziehung. Ja, aber das ist ein Riesenpunkt. Wir sprechen jetzt im Moment immer nur von Mord. Aber die ganzen Eigentumsdelikte, was ist daran pathologisch? Ich meine, ich kann mir das schon vorstellen, dass jemand pathologisch gerne viel Geld haben möchte oder so etwas. Aber Sie haben an einem anderen Punkt, da haben Sie glaube ich vollkommen recht. Wenn wir das sehr weit treiben und sehr klar sagen, es gibt keinen freien Willen mehr, dann gibt es auch kein Strafrecht mehr. Das ist vollkommen klar. Also wenn wir uns auf den Standpunkt stellen, alles ist vorherbestimmt. Unsere Gene, Prozesse in unserem Kopf machen es uns nicht möglich, uns anders zu entscheiden. Dürfen wir auch niemanden bestrafen. Also die Theorie besagt ja eigentlich, alles in der Welt unterliegt den physikalischen Gesetzen von Ursache und Wirkung und ist in dieser Hinsicht determiniert. Wie soll da Freiheit in Ihr Gehirn kommen? Ja, das halte ich für völligen Unsinn. Das ist absoluter Quatsch. Ich kann bei Rot über die Ampel gehen oder ich kann es auch lassen. Sie glauben, dass Sie selbst derjenige sind, der darüber entscheidet. Ich weiß schon, dass diese Leute sagen, ich glaube das nur. Es mag sogar sein, ich gehe sogar so weit zu sagen, vielleicht haben die Leute sogar recht, aber wir dürfen dieses Modell nicht aufgeben, wenn wir unsere Gesellschaft nicht aufgeben wollen. Wir haben keine Möglichkeit zu sagen, der freie Wille existiert nicht, aber wir wollen so weiter in unserer Gesellschaft leben. Das geht nicht. Vielleicht reicht ja bereits die Annahme aus, davon auszugehen, einen freien Willen zu haben, um eine Tat als freiheitliche Tat darzustellen. Und dann muss man aber eben im Einzelfall untersuchen, wie extrem ist der freie Wille eingeschränkt. Also wie krank ist ein Mensch? Und das Böse impliziert ja auch immer ein moralisches Urteil, ein Verdammungsurteil. Das ist böse, ein böser Mensch. Und ich möchte kein Verdammungsurteil über einen Menschen sprechen, der krank ist. Deswegen müssen wir das untersuchen. Und deswegen ist es auch toll, dass es diese Gehirnforschung gibt. Wir wissen ganz viel über Psychopathen erst seit es die Gehirnforschung gibt. Wir wussten vorher nicht, warum die so sind. Und warum, also was da passiert, warum wissen wir übrigens heute auch noch nicht. Aber warum sie so und so reagieren. Aber gut, wir können schon bestimmte Pathologien einkreisen. Also wir wissen zum Beispiel, dass die ventromediale Region des Schläfenlappens eine große Rolle spielt, eingehende Emotionsimpulse zu verarbeiten und in Handlungsplanung zu überführen. Und wenn sie dort eine Schädigung haben, dann sind sie offensichtlich in moralischer Hinsicht nicht zurechnungsfähig. Ja, nur ist die Frage, wenn sie jetzt keine offensichtliche Schädigung, indem da mal eine Steinplatte draufgefallen ist, ist die Frage, wie kommt die zustande? Und das ist eine Frage, die, soweit ich weiß, die Hirnforschung nicht beantwortet hat bisher. Und die natürlich ein tolles Gebiet ist. Und das sollten wir auch rauskriegen. Ich vermute nur, dass es nicht so einfach ist. Also wir wissen ja relativ viel oder glauben relativ viel zu wissen über die sexuelle Prägung. Und die ist ja ganz seltsam. Da sieht ein dreijähriges Kind, wie sich die Mutter Netzstrümpfe anzieht. Und den Rest seines Lebens findet er Frauen toll, die Netzstrümpfe anhaben. Dagegen können wir nichts machen. Das ist wie eine Münze. Deswegen nennen wir es ja auch Prägung. Also eine flache Münze. Und dann kommt diese Prägung und drückt den Stempel dort rein. Und den kriegen sie nicht mehr raus. Und in den Gefängnissen, eine der Therapien beispielsweise für Kinderschänder, also für Leute, die Kinder sexuell attraktiv finden, ist ja nicht irgendwie eine Zauberei. Danach haben sie das nicht mehr. Sondern die funktioniert so, dass man denen klar macht, du findest Kinder interessant. Kinder interessant zu finden, ist verboten. Das weißt du auch. Und jetzt versuchen wir, Mechanismen zu finden, wie du dich davon schützen oder davor schützen kannst und uns als Gesellschaft davor schützen kannst. Die Prägung selbst wird er nie verlieren. Er wird sie immer interessant finden. Und das ist aber auch etwas, was man sozusagen wissen muss. Aber zu untersuchen, wie kommt die Prägung zustande, das ist natürlich für die Hirnforschung wahnsinnig interessant. Ich vermute nur, dass sie nicht zu Ergebnissen kommt. Aber wenn wir das Böse irgendwann komplett pathologisieren können, wenn wir auf diesem Weg weiter fortschreiten, könnte es ja irgendwann sein, dass wir die Handlungsmuster, auch die pathologischen Handlungsmuster, ziemlich genau bestimmen können. dann wäre doch das eigentlich das metaphysische Böse aus der Welt. Also das Böse würde banal auf einen Hirnschaden oder ein Trauma, was sich irgendwo lokalisieren kann, zurückgeführt. Nicht nach meiner Definition. Also, um es nochmal klar zu sagen, der Mensch, der krank ist, kann nicht böse sein. Böse kann nur der sein, der das Mitleid empfinden kann, aber sich drüber wegsetzt. Das ist etwas völlig anderes. Der pathologische, also der kranke Mensch, der nicht anders handeln kann, als der Frau, die Haut abzuziehen. Er kann nicht anders. Der ist krank, nicht böse. Aber ich glaube, dass wir gar keine Grenze ziehen können zwischen dem bewussten Überwinden einer Grenze oder dem unbewussten Überwinden einer Grenze. Ich glaube, da kriegen wir nie eine Trennschärfe hin. Doch, doch. Glaube ich schon. Also das haben wir bei jeder Straftat oder bei den meisten Straftaten. Ja, weil wir aus juristischen Gründen diese Unterscheidung machen müssen. Also die juristischen Gründe kommen ja sozusagen daher, dass wir so lange über den Menschen nachgedacht haben. Und Sie haben ja völlig recht, das Strafrecht ist ja relativ alt, aber das neue Strafrecht ist es nicht. Und die haben sehr lange darüber nachgedacht, das war ein Gesetz, an dem man wahnsinnig lange gearbeitet hat, wie man das hinbekommt, und wie man also den Menschen in einem Gesetz ganz gut erfassen kann. Und es gibt, also Juristen nennen das Hemmschwelle, ja, und diese Hemmschwelle ist bei jedem gesunden Menschen da, ja, also ich kann jetzt, auch wenn mich Ihre Fragen wahnsinnig ärgern, kann ich nicht einen Hammer rausziehen und Ihnen den auf den Kopf hauen. Ja, ich habe zu viel Hemmung, das zu tun, ja. Sie könnten das wahrscheinlich auch nicht, hoffe ich jedenfalls. Ein bisschen Angst habe ich jetzt schon, aber wahrscheinlich können Sie das auch nicht. Und diese Hemmschwelle, ja, die zu überwinden, das macht die Straftat dann am Schluss aus, ja. Wenn es aber keine Hemmschwelle gibt, weil Sie krank sind, dann können Sie eben auch nicht schuldig werden. Die Frage ist, wie groß diese Hemmschwelle ist. Das Schnellste auf Erden, meinte Lessing, ist der Übergang vom Guten zum Bösen. Gott sei Dank stimmt das nicht immer. Herr Schirach, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Connection Abortet 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 Abortet